Ich geh ein bisschen in die Stadt rum in Krefel wieder. Was geht hier ab? Na du? Hallo? Bist du aus der Vergangenheit gekommen? Nee, aus der Gegenwart. Wirklich? Ja, aus der Ewigkeit. Was machst du denn in Krefel? Na, bin hier gelandet und jetzt guck ich mal, dass ich hier den Laden aufräume, ne? Ehrlich? Was hast du im Mund? Na, Proteinpücher. Wirklich? Sehr gesund. Na komm, ich geb dir keine Spende dafür hier, ja? Dafür? Ja, ich hab viel zugezogen und die Musik gemacht heute. Ja, zeig mir was. Ja, ich bin gerade am Essen, ne? Ja, egal, komm. Ich geb dir einfach 5 Euro und dann ist gut. Nächstes Mal zeigst du mir das, ja? Wenn du so groß zugehst bist, dann zeig ich dir auch gerne jetzt was. Ehrlich? Ja, das war's. Ja, okay, das kriegen die dann in Teil 2 zu sehen bei TikTok, die Leute. Ja, so lange muss das jetzt nicht sein, aber ich lass dich ruhig essen, weißt du lieber. Willst du was trinken? Ja, ich geehrte dressed. Das war's für heute. Was passiert hier? We are in Berlin So we are invited Untertitelung des ZDF, 2020